In diesem Video geht es um die besten Siebträgermaschinen. Der Qualitätssieger in unserem Siebträgermaschine-Test geht an den Sages S875. Zubereitung eines wunderbaren Espresso. Von der Bohne in die Tasse in weniger als einer Minute. Die Barista Express malt die Bohnen unmittelbar vor der Extraktion des Espressos und dank der austauschbaren Filter und einer Auswahl zwischen automatischer oder manueller Bedienung bereiten Sie im Handumdrehen einen Kaffee in authentischer Kaffeequalität zu. Vollmundiges Aroma. Für einen vollmundigen Kaffee mit reichhaltigen und komplexen Aromanoten werden 19 bis 22 Gramm gemahlener Kaffee benötigt. Damit lässt sich ein hochwertiges Resultat in Barista-Qualität erzeugen, bei dem der Kaffee sein unglaubliches Aroma, seine intensiven Geschmacksnoten und seinen individuellen Charakter perfekt entfalten kann. Eine geringere als die optimale Dosierung führt zu einem schwachen und wässrigen Geschmackserlebnis. Perfekt ausgewogener Geschmack. Süße, köstliche und nuancierte Geschmacksnoten entstehen dank einer präzisen Kontrolle der Wassertemperatur. Die digitale Temperaturregelung regelt die Wassertemperatur für eine perfekt ausgewogene Extraktion des Kaffees. Dank dieser konstanten Kontrolle schmeckt Ihr Kaffee von nun an stets gleichbleibend köstlich. Ideale Konsistenz. Bei der Zubereitung eines vollmundigen, cremigen Espressos kommt die Preinfusion unter geringem Druck zum Einsatz. Hierbei wird der Kaffeesatz eingeweicht, damit das Wasser beim späteren Extraktionsverfahren mit hohem Druck 9 Bar gleichmäßig aus der italienischen 15 Bar Pumpe durch den Kaffee strömen kann. Das Ergebnis ist ein reichhaltiger, süßer und dickflüssiger Espresso. Seidiges, samtiges Mundgefühl. Genießen Sie den seidigen Geschmack und das samtige Mundgefühl von echtem Mikromilchschaum. Die Milch wird unter Druck gesetzt und erzeugt dabei tausende kleinporiger Bläschen, die Geschmack und Mundgefühl bereichern, während die Temperatur die Süße hervorbringt und so für eine harmonische Mischung aus vollmundiger, süßer Milch- und sirupartigem, goldenem Espresso sorgt. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Solis Siebträger-Maschine. Genießen Sie täglich perfekt gebrühten Espresso wie in Ihrem Lieblingskaffee. Die Gran Gusto von Solis macht's möglich. Die Espressomaschine zur Nutzung mit frisch gemahlenem Kaffeepulver besticht mit der programmierbaren Tassengrößenfunktion. Über das leicht verständliche Bedienfeld können Sie so die Bezugsmenge nach Ihren Wünschen entweder automatisch oder manuell steuern bis zu 60 Sekunden. Dank der beiliegenden zwei Portionssiebe und Ausläufe zur Anbringung am massiven Profi-Siebhalter haben Sie dabei die Wahl, ob Sie nur eins oder gleich zwei Tassen zubereiten möchten. Über die Vorbrühfunktion wird das Pulver vor dem Brühvorgang mit Wasser angefeuchtet, was eine maximale Aromaextraktion ermöglicht. Auch die Hochleistungspumpe mit 15 Bar Druck trägt zur vollen Aromaentfaltung bei, indem sie dafür sorgt, dass die Kontaktzeit zwischen Wasser und Pulver kurz ist. Die schwenkbare Dampf- und Heißwasserdüse verwandelt Milch in cremigen Schaum für Cappuccino oder erhitzt Wasser für Tee. Einfache Reinigung. Wassertank, Aufschäumdüse, Tropfgitter und Tropfschale sind abnehmbar, sodass die Maschine einfach zu säubern ist. Spülen Sie die Düse, die Abtropfschale und das Abtropfgitter von Hand im warmen Spülwasser. Die Düse sollte nach jedem Milchaufschäumen gereinigt werden. Das Gehäuse und die Tassenablage können bequem mit einem weichen, feuchten Tuch abgeputzt und anschließend mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Zusätzlich ermöglicht die beiliegende Bürste eine besonders gründliche Reinigung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Siebträgermaschine-Test ist die DeLonghi Dedique EC685. Die traditionelle Siebträgermaschine Dedique EC685. M von DeLonghi verfügt mit einer Breite von nur 15 cm über ein äußerst kompaktes Design und verwandelt damit selbst die kleinste Küche zur italienischen Kaffeebar und verwandelt sie zum Barista. Dank elektronischer Temperaturkontrolle, individuell programmierbarer Tassenfüllmenge und schneller Einsatzbereitschaft bringt die Dedique Style immer ideale Ergebnisse, um köstlichen Espresso oder Kaffee herzustellen. Mit der Kombination aus professioneller Milchaufschäumdüse und höhenverstellbarer Tassenabstellfläche können Cappuccino, Latte Macchiato und andere Milchkaffee-Spezialitäten auch zu Hause stilecht in hohen Gläsern zubereitet werden. Die Maschine ist in 40 Sekunden betriebsbereit. Der Siebträger ist für 1 oder 2 Tassen sowie für Kaffeepads geeignet. Das Sieb ist herausnehmbar. Die Farben mit Trend Eye Gem Matt und geprägtem Dedique-Logo unterstreichen das einzigartige Dedique-Design. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.